ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play watchdogs 2 mein name ist alison bürger und ich freue mich recht herzlich dass ihr eingeschaltet habt wir sind mit oder hoppala also wir sind hier mit marcus beim fbi versteck und wir müssen einmal wrench maske zurückbekommen und die fbi daten klauen ja nichts leichter als das wrench maske liegt hier vorne und ich glaube um das zu bekommen müssen wir also letzten folge haben wir ja nicht so erfolgreich agieren können deswegen müssen wir einfach meine strategie ändern ich hoffe ihr seid nicht zu hardcore abgefuckt aber irgendwie ja dann müssen wir halt jetzt durch irgendwie und da ist einer wenn jetzt nicht ohne kohlenhydrate okay da ist noch einer das noch einer ach du scheiße oh kann ich da rein ich glaube das ist sogar so gewollt ansicht ändern hier auf jeden fall den zugangsschlüssel den können sie mir schon mal geben so hier ist auf jeden fall mal wrench seine maske dann würde ich ganz gerne hier durch ich glaube das muss mega abfuckend sein aber hey so ist das halt wrench seine maske ist halt leider ein physischer gegenstand ich glaube den kann ich halt nicht so einfach äh raustragen wie halt ein datenpaket wo wir das optional mal mitmachen könnten gehen sie nicht weg geh runter ich bin mit dem ding auch direkt dadurch wo ist eigentlich eben auch da ich glaube wir machen mal zurückrufen so wir müssen halt jetzt oh nein wo rennt ihr zwei denn hin lasst hey hier drüben der typ darf da nicht sein die spur ist kalt bleibt in eurer zone es gibt berichte über einen gewalttätigen kriminellen in ihrer nähe over äh scheiße schon wieder fehlgeschlagen wir sind erwischt worden mal wieder ja wie konnte das bitte passieren haben wir erkenntnisse über diesen vorfall hier irgendwo sein okay das mit der reichweite könnte fettisch werden nicht nein wir machen das anders den holen wir zurück mit dir gehe ich nochmal rein weil ich hätte ganz gerne den schlüssel ich hätte ganz gerne den schlüssel ja das ist ein freilaufender külter wir haben ihn verloren hä ich glaube wir müssen hier erstmal für ein bisschen Terrorismus zeigen so leute ich brauche botnet aufladungen wie komme ich dann welche fraktion fraktion 580s und FBI okay also plan ist jetzt ähm äh der plan ist jetzt sehr wohl dass wir hier versuchen einen gewaltsamen konflikt zwischen den leuten laufen zu lassen dass wir hier so viele 580s rufen wie es nur geht alle botnet aufladungen benutzen und mit die 580s dann hoffentlich so viele ausschalten wie es geht außer reichweite sehr kritisch so scharfschützer auf dem dach hätte ich ganz gerne ausgeschaltet wir sitzen da übrigens sehr ungünstig aber halt noch in ordnung so der da kriegt noch einen geschwader angeschickt so verschwinden sie von hier alarm aktiviert position gesendet wochen ein 10 13 hey nur Moment worum geht F jetzt macht die Stress oder was wieso so hab ich kein handy mehr hä so das ist ja die unterstützung es wurde unterstützung gerufen so fahrt mal weg so so da unterstützen wir doch gerne scharfschütze ist tot so da gibt mir noch mal bisschen geld botnet aufladungen ihr habt alle keine männer hier draußen rennen auch noch spezialtruppen rum er wird sich jetzt selbst in die luft sprengen sehr schön also hier liegt inzwischen schon ein bisschen was totes rum würde ich sagen so da können wir auch noch mal was hinschicken ansonsten sind noch eins zwei drei vier fünf wenn die sich karius unterstützung rufen ist das ja jetzt an sich nicht schlimm damit erwische ich jetzt nix oh die schmeißen auch granaten und so ein scheiß was machst du denn hier ja du musst definitiv weg du gefällst mir draußen gar nicht ach scheiße kein botnet mehr ah fütliche explosion Ah, fuck. Hätte ja klappen können. So, Botnet-Aufladung haben wir wieder. Neck mich am Arsch. Die Spezialeinheit ist saustark. Und ich bin zu langsam. Ich fahre mich aber nicht selber platt, ne? Ne. Oh, das hier kann ich noch für eine tödliche Explosion benutzen. Äh, wo ist die Spezialeinheit hin? Weg. Hm. Ah, also hier drin ist gerade keiner mehr. Dann könnten wir doch theoretisch... ...den hier zurückrufen. Wir gehen mal wieder hier hin, ne? Bist im Gebiet der 16th Street Station. Ja, ich weiß. Benutzen mal wieder unseren kleinen Power Driver. Alter, mit ein bisschen Hackerei, Botnet-Aufladungen und einem Quadro-Copter haben wir jetzt hier richtig Ärger machen können. Wir haben sauviel... ...leute getötet. Aber so richtig viele. So, die kann ich wahrscheinlich nicht nehmen, ne? Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Das geht. Die Einsatzleitung, wir erhalten Meldungen zu einem ausgelösen Alarm am angegebenen Standort. Scheiße. Scheiße. Ich muss das Ding erst frei hacken. Das hab ich ja komplett vergessen. Hm? Ähm. Was ist das denn für ein Geruch? Oh, wir hängen fest. Okay. Zurückrufen. Er ist entkommen. Gehen wir zurück. Hm. Wie kann ich denn nochmal... Scheiße. Ich hab schon wieder... Ich hab schon wieder eine Taste vergessen. Dabei hab ich doch erst vorgestern gespielt. Maus und Tastatur. Steuerung anpassen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie nervig das ist. Smartphone. Emoge Raster. Emotes Raster. NetHack. NetHack brauch ich. V. Genau. So, aber wir haben zumindest schon mal Ranch seine Maske. Das Ding müssen wir noch hacken. Das Ding kann ich ausschalten. Bin ich Amateur? Wahrscheinlich. So, dann nehmen wir jetzt... Bö. Hallo, Le Drohne. Ja, Profihaft haben wir uns überhaupt nicht angestellt. Das lief irgendwie nicht so gut. Aber hey. Was nicht ist, kann ja noch werden. Sag ich immer. Von daher, alles easy. Jetzt müssen wir zuerst mal den Server hier starten. Ich hätte nicht gedacht, dass der kleine Bot die scheiß Maske einsammeln kann. Da bin ich ziemlich stupido. So, einfach ausschalten. Ich bin außer Reichweite, oder was? Willst du mich verarschen, Markus? Oh. So, Jumper zurückgeholt. Ich betrete Sperrgebiet. Ich weiß. Nur ich muss jetzt irgendwie nah genug... Ah. Das könnte so funktionieren. Es geht einigermaßen schnell. Wir sind schon bei 45%. Das geht echt schnell. Die Reichweite ist tatsächlich größer als ich dachte. Da können wir jetzt auch... Alter, dieser Schluck auf, der geht mir so auf die Eier. Ich schicke euch jetzt ihr Zeug. Oh Mann. Wir sind nicht allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. So. Ab... Oh. Mein Geld. Geld nehmen wir mit. 57.000 haben wir inzwischen wieder. Verlass er das FBI-Versteck. Ja. Nichts leichter als das, mein Freund. Aber jagen wir uns jetzt nicht noch aus Versehen in die Luft. Oh. Also alles gut. Missionsziel erfüllt. Yippie-Jay-Jay. Wrench, bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Gib Wrench seine Maske zurück. Was ist das hier? Wir brauchen doch ein Auto. Nicht, äh... Oder? Haben wir hier was? 950 Meter, viel zu weit weg. Autorabruf. Hochleistung. Äh, der hier. Bestellen. Müsste geliefert worden sein. Da steht er auch. Hervorragend. Dann geben wir jetzt Wrench seine Maske zurück. Der wird wahrscheinlich übelst zerschlagen sein. Und wir werden jetzt herausfinden, wie er aussieht. Weil das wissen wir eigentlich nicht. So, die vom FBI haben keine Ahnung, dass wir da waren. Die sind halt auch übelst die Loser. Aber ich glaube, mit dem Auto, dass wir hier fahren, fahren wir schon ziemlich krasses Auto. Muss man sozusagen. Lass mal kurz gucken, ob wir hier beim Autohändler was Besseres kriegen. Ne. Wahrscheinlich eher nicht. Total Modus. Auto Elite. Da will ich. Ich glaube, da ist eher so mein Stil. Oh, Entschuldigung. Ja, ich weiß, das hat jetzt einen richtig großen Feuerwehreinsatz ausgelöst, aber ey, das kann die Stadt verkraften. Da können wir durch. Das ist gar kein Problem. Vielleicht findet man ja noch ein Auto, das mir auch noch gefällt, dass man sich leisten kann. Und dann haben wir vielleicht noch ein zweites Optional-Auto. So, was habt ihr hier stehen? Die Frage ist natürlich, was kann ich denn noch kaufen? Ochsberg R1. Wo sind Stil und Leistung? Das versäuft mir das wirklich alle in die Tasche. Ja, aber wo kriege ich den denn? Okay. Lass mal gucken. Äh. Einkaufen. Wie geht's? Hochleistung. Ach. 360.000. Oh. 180.000. Eiei. Eiei. Wie habe ich mir denn mein Auto geleistet? Das kann ich mir jetzt nicht erklären, aber die Autos hier sind nice. Naja, gut. Dann wissen wir ja, worauf wir sparen müssen. Ich glaube, 360.000 für die Möhre. Uff. Das ist arschteuer. Dann müssen wir nochmal für die ein oder andere Bank überfallen. Uh. Scout X-Ort in der Nähe. Ja, das müssen wir halt später gucken. Uh. Das war unnötig. Ich weiß, aber da machst du nichts. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Komm ich hier hoch? Gibt es Aufzüge? Uff. Ich glaube, Ranch ist hier oben. Ja, Ranch ist auch oben. Ich glaube, hier vorne. Ja, hier müsste ich hochkommen. Uff. Das ist jetzt ein Parkhaus. Nein. Geld. Natürlich Geld. Wenn wir in dem Wagen haben wollen, dann müssen wir natürlich ein bisschen was dafür. Ich gehe jetzt noch. Der ist noch eins höher. Wie komme ich denn in dem Ding noch eins höher? Gibt es hier irgendwo sowas wie... Vor allem, wie ist das hier aufgebaut, ey? Ein Treppenhaus oder so? Was haben wir hier? Hier, das Treppenhaus. Selbstverständlich ist hier das Treppenhaus. Mehr will ich gar nicht haben. Und hier oben ist sogar Garten. Uh. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Uh. Dieser ganze Scheiß, den Duschern erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Er will uns bloß auseinander bringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzwahl-Taste und wird uns echt zusetzen. Also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Das sind wir. Danke, Markus. Yo, Brofist. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein Dead-Sack-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI, dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. Dead-Sack beobachtet euch weiterhin. Zum Wohle jedes einzelnen, freien Bürgers. Dead-Sack hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Mission abgeschlossen. Im Garten Edens. Oh. Mr. Money in the Bank. 242.000 neue Follower. Damit eine neue Stufe und acht Forschungspunkte erhalten. Oh, what? Das ist ja sogar fast noch eine Stufe. Ähm. Polizei. Botnet. Okay, das können wir gerade erstmal nicht machen. Fernsteuerung. Kerndaten. Ähm. Plus den Jumper mit einem eingebauten Lautsprecher aus. Ja, weiß nicht, ob ich das so geil finde. Bastelein. Was haben wir denn noch? Sprengsätze und Elektroschockgeräte haben einen größeren Wirkungsradius. Wir sind halt nicht so die Fighter. Das bringt uns nicht so viel. Was kann man hier noch machen? Verbesser die automatische Ausschaltung mit der Fähigkeit des Ampelsystems zu hacken. Für Unfälle her beim Verfolger auszuhalten. Lege die gesamte Infrastruktur der Stadt für 30 Sekunden lahm. Ah, ich weiß ja nicht, ob das nochmal vielleicht so eine nützliche Sache ist. Das senkt die Botnet-Ressourcenkosten, wenn du die Infrastruktur der Stadt hackst. Ich glaube, in unserem Fall... Fighten braucht man nichts immer mehr, ehrlich, ne? Ich glaube, wir benötigen mal eine weitere Botnet-Aufladung. Botnet-Upgrade. Ich glaube, das ist gut. So, jetzt müssen wir wieder zum Auto. Weil wir wollen ja irgendwie wieder hier runterkommen. Ein Wauzi. Der andere Wauzi ist tot. Der war auch ein bisschen doof und hat angegriffen. Aber mal ehrlich, wer greift denn auch das FBI an? Selbstverständlich steht mein Auto hier noch. Vorbildlich geparkt. So, dann mal ab hier runter. Ich finde es halt faszinierend. So, hier kommen wir hoch. Da müsste es doch eigentlich irgendwo einen Ausweg geben, ne? Wisst ihr, was lustig ist in diesem Parkhaus? Hier. Ja, und jetzt? Fahre ich hier? Hier? Aber hier ist ja alles irgendwie... Oh, hoppela. Ich wusste jetzt nicht, dass ich damit alles spreche. Ne? Also, wir sehen, hier kommen wir nicht runter. Wir sind gefangen. Und um wieder runterzukommen... ...muss ich ja gegen die Fahrtrichtung fahren. Hoppela. Und hier gibt es auch nur den One-Way. Ah, hier gibt es noch was. Naja, ihr merkt, das Parkhaus ist da nicht so optimal. Es sei denn, in San Francisco ist das halt so. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, als nächstes müssen wir Auge um Auge... ...Horatius Mobiltelefon. Das ist ja auch direkt um die Ecke hier. Deswegen fahren wir mal logischerweise direkt zu dieser Quest. Aber ich weiß ja noch nicht so wirklich, was wir da machen. Wer war denn nochmal Horatio? Wenn ich das Gesicht sehe, fällt mir das hundertprozentig wieder ein. Zum Glück mal mit dem Wagen direkt davor fahren. Ach, das Handy liegt da. Ich habe das Handy, aber von Horatio keine Spur. Da muss irgendwas sein. Keine Spur, aber eine Überwachungskamera. Okay, ja. Ich zopf die Kamera an. Drehen wir den Timecode zurück und sehen, was passiert ist. Ah, Horatio. Ja, Horatio. Ja, ich glaube, das ist... Verdammt, die kidnappen ihn. Wir müssen rausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh. Quack! Das ist ziemlich deutlich. Aber die Kacke ist doch maximal unscharf. Er ist ein Mitglied der Teskers Gang. Die Teskers? Oh, scheiße. Keine Sorge. Wir müssen wissen, wo Trevino ist. Hab eine Paintball-Waffe dabei. Ist auf deiner Karte. Wer hat mein scheiß Auto? Wo ist mein Auto? Ich glaube, es ist das hier. Aber warum steht das hier? Ist das mein Auto? Ja, das ist mein Auto. Freunde, das kann man doch nicht direkt vor eine Bushaltestelle setzen. Das Spiel habt ihr aber auch noch nicht so wirklich verstanden. Wieso bekommen wir dafür Follower? Wir müssen einen Kumpel retten. Das ist doch nicht mein Auto. Das ist doch... Wisst ihr, woran mich der Sound gerade erinnert hat? Wie wenn sich der PC aufhängt und dann per Blue Screen abstürzt. So ein Geräusch hat man dann immer auf den Kopfhörern. Immer. Das ist doch im Leben nicht mein Auto. Ich fahre doch kein Maserati. War ich ein Maserati? Mach mal raus, Turbo. Hä? Doch. Das ist mein Auto. Seit wann hab ich denn bitte Turbo und ich weiß davon nix. Holy shit. Ich bin sprachlos. Wir sind so stupid. Ihr Wichser. Ich mach den Vorgarten kaputt. Und mein Auto. Klingel ich da jetzt einfach? Habe ich so dicke Balls? Ich hab dicke Balls. Okay. Wir gehen da mit der Kniffte rein. Ich glaub, der ist tot. Er ist tot, Leute. Sitara, Joyce ist wirklich tot. Oh mein Gott, Markus. Hau sofort da ab. Fuck. Fuck. Halt. Moment, Moment. Du bist schlau, oder? Ja. Ich bin schlau. Nicht schlau genug, um zu entkommen. Den ganzen Quatsch, den ihr offenbar wisst, den verrätst du uns. Ich verrate dich n' Scheiß. Fick dich. Fick dich? Oh. Fick dich, Mann. Pst. Halt, 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 Halt. Lucy. Oh, bitch. Fuck. Verschwinde da, Markus, du. Du musst da weg. Fuck, fuck, fuck. Okay, die machen wir selber. Schon wieder ist mein Auto weg. Ich kotze. Ich will diese Arschlöcher schnappen. Ungewöhnliche Telefonaktivitäten? Jede Menge. Fast nebenan. Warum kommen da zwei Lieferwagen? Das ist doch schon wieder verdächtig. Wo ist hier eigentlich, ähm, Scout X? 118 Meter. Das kann auch warten. Okay, aber nichtsdestemzutrotz. Ähm, ein bisschen Vorbereitung kann ja nicht schaden. Ähm, wir werden zwar alle töten, aber... Weißt du, als der zeigt die Kirche zum ersten Mal Angriff, dachte ich... Die hacken wir erstmal alle. Hombre Pablo ist sauer. Zu wenig Pororfit. Erstmal nichts abzweigen. Muerta könnte uns verpfeifen. Ich hasse die Schlampe. Jo, Schlampe. So, gib mir dein Geld. Okay. Ähm. Das, was, das, was, das, was. Lade die Operationsinfos herunter. Kann ich da vielleicht mit einer Kamera rankommen? Weiß ich noch nicht. Nicht jetzt. Ich bin schon wieder aus der Reichweite. Ähm. Wie nah muss ich denn diesmal ran? Oh. Äh, da muss ich aber ziemlich nah für ran. Dafür muss ich auch in das Gebiet rein. Äh. Äh, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Außerhalb vom Dach, finde ich, erachtig als bescheuert. Da erwischt mich einer. Das macht keinen Sinn. Da komme ich nicht ganz nach oben. Komme ich hier irgendwie, aber die... Nee, das ist alles scheiße. Die haben ihren Laden da ganz gut im Griff, glaube ich. Okay, hier geht's nochmal rein. Ah, nee, da oben ist schon wieder so ein Sikario, der mich ja sieht. Uah, Humpel. Ich brauche nochmal die Drohne. Wir müssen mal mit der Drohne gucken, ob wir hier nicht irgendwo... einen Weg reinfinden. Von hier hinten könnte ich kommen. Da sieht's doch relativ clean aus. Und da könnte ich bis runter in den Hof... Äh, könnte ich zumindest im Hof. Könnten wir schaffen. Also nochmal auf den Bubsschuppen hier. Und dann versuchen wir das mal von hinten. Töten ist leicht. Nein, wir können alles niedermetzeln hier. Kann ich das? Bin ich gut genug? Da werden wir ja keine Waffenskills und so gemacht... Ach, scheiße. Interessiert die das, wenn ich hier stehe? Scheiße, Mann. Kommt alles rein. Kokain, Glücksspiel, Erpressung, Gras. Noch mehr Kokain. Namen? Ja, super. Finde raus, wer sich Horatio geschnappt hat. Ich war da. Kein Scheiß. Ich war ein Stein. Mich interessiert das zum Glück nicht. Was zum Teufel willst du, Ohms? Er ist ein Marikon. Ach, verdammt. Die Teskers sollen wissen, dass ich komme. Steck was in Brand, Mann. Yeah, ich fackel das Gras ab. Ist gleich hier. Die verwenden ein illegales Pestizid. Ist in großen Mengen extrem entzündlich. Ich leite einfach das Pestizid in die Bewässerungsanlage. Überschwende das Gras damit und zünd es an. Wie nett, die sind's, pendejo. Schalte die Bewässerungsanlage ein. Nichts lieber als das. Ähm, Drohne. Oh. Ich weiß, dass du das Dezegmist nicht gepostet hast. Du weißt ja nicht mal, wer die sind. Aber ein paar Leute waren echt angepisst. Sorry. Das Ding hätte ich vielleicht nicht ausschalten sollen, ja? Oh, scheiße. Was soll ich auch? Da bin ich. Und los geht die Schau. Gut, das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Jetzt hau ab. Wir checken die Daten und ermitteln das nächste Ziel. Oh. Jetzt haben sie mich abgeknallt. Oh, mein Gott, schnell weg hier. Na, die Penner rauben wir mal lieber nicht aus. Ach du Scheiße, schnell weg hier. Kommt die da einfach angeballert und schießen auf mich? Na gut. Hab den hier krass abgefackelt, ne? Was erwarte ich da schon? Schüttelt deine Verfolger? Ich hab Verfolger? Oh. Ich hab Verfolger. Autoscout. Hochleistung. Bestellen. Ich hab wirklich jemanden anrufen. Oh je. Ich muss hier weg. Oh je. Oh je. Oh je. Einfach weg hier. Einfach weg. Jetzt verstecken. Wo versteckt man sich besser? Auf einem Parkplatz. Da vorne kommen die Sicarios. Alter. Die waren richtig angepisst, nachdem die festgestellt haben, dass ich den hier krass abgefackelt hab. Alter, da kommen die mit ihrer getunten Karre da langgefahren, ey. Die hab ich vorhin benutzt, um das FBI auseinanderzuleben. Nicht schlecht, wa? Richtig zwiegespalten sind wir hier. Mission abgeschlossen. Ja und jetzt? Wir wissen doch auch immer nicht, warum die ihn mitgenommen haben. Oder ist das jetzt... Auge um Auge. Horatio ist verschwunden. Sitzig. Jetzt wissen die Pisser, dass wir sie jagen. Jetzt will ich ihnen richtig wehtun. Wir sind dabei. Die verschiffen gerade eine Riesenladung Kokain. Ist auf der Karte markiert. Vernichte das Koks. Das wird den Tescas wehtun. Das machen wir auch noch, diese Folge. So etwas können wir einfach nicht auf uns sitzen lassen. Ich will noch mal kurz da hin vorbei. Ich will noch mal kurz herausfinden, wie viel Geld wir da durchbekommen. Was die Koks ist auch einfach nur interessiert, dass wir hier mit Alter, der seinen Nitro hat. Richtig koks. Ich finde diese Geldsammelkacke immer sehr, sehr ungemütlich, sage ich mal. Nichts leichter als das, mein Freund. Wir haben Endungen zu einem kriminellen am eingegebenen Standort. Sollten wir allerdings kurz Platz machen. Einfach nur kurz warten. Die Polentas kommt von hinten. Das heißt, ich muss nur von vorn jetzt hier hin und... Habe ich mit jemandem Stress? Nur mit den Dudes. Aber das sollte ja kein Problem sein. Da fahren wir jetzt einfach weg. Oh ja. 20.000 Dollar mehr. Wir haben da um die Ecke gleich den nächsten. Den nehmen wir auch noch mit. Ich bin ehrlich. Ich bin jetzt ein bisschen spitz auf eine neue Karte. Aber die kostet halt ein bisschen was. Ich glaube, wir bekommen hier nicht ganz so viel. Das ist, glaube ich, nur so ein kleiner, den wir hier haben. Aber wir gucken trotzdem mal. Weil haben ist besser als hätten. Ja, das ist nur so ein kleiner Geldsack, ne? Das sind nur 4.800. Wir brauchen halt die großen, die dicken Fischen. Backpack. Ja, fahr mal da hin. Beginnen die Quest und dann müssen wir das sowieso kein Problem sein. da kam die verstärkung fast aus dem leben genommen man macht gar nichts weil wir vor allem da jetzt mit maximum und dann machen wir das irgendwie weil sie wir sind schon wieder auf der flucht also alles wie sie die sind so scheiße wir müssen dann noch einen koks vernichten wer ist da oben jemand hat den notruf gewählt ist das range wir haben sie per ctos lokalisiert hey was zu sehen schön dich zu sehen Retro du weißt die ganze DeadSec community steht hinter dir alle mochten Horatio das wirst er sicher zu schätzen was ist denn hier los hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult man sieht wie die Tazkars kisten auf das Bootladen da sind ne menge Typen mit knachen wäre auch sonst zu einfach danke für die warnung viel glück Retro Retro wir sind Retro die Kokain Kisten zerstören wir können doch einfach wegschniefen boah Junge ein stylischer Flipto ja das sieht mir fast schon danach aus als müssten wir das dann nächste Folge machen weil wir sind jetzt schon wieder 46 Minuten dran also machen wir das nächste Folge ja also bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut rein bei Alice & Burger tschüss bis zum nächsten Mal